Diese Bolzen fliegen weit und schnell. Such dir ein Versteck. Meinst du, die Info wäre neu für mich, Harkon? Alles okay? Ja, mir geht's gut. Ganz schön clever. Schön die Panzer abgeschossen. Verdammt, Harkon. Ich bin so aufwillig. Lauf, Junge, lau! Lassack hat Augen wie ein Adler. Ich seh ihn erhitten. Er ist auf dem Dach. Los! Ah, Mist! Er hat die Leiter weggestoßen. Aus der Überraschung wird also nix. Uns fällt schon was ein. Bist du noch ganz? Noch, ja. Ich muss irgendwie hinter ihn. Dieser Willen viel nervt. Der ist zu gut. Wer will dich sonst noch töten, Harkon? Aether? Die PKs? Ich komm mit dem Zell nicht mehr nach. Ich komm mit dem Zell nicht mehr nach. Ich komm mit dem Zell nicht mehr nach. Also, ich mache dich nicht mehr nach. Ich komm mit dem Zell nicht mehr nach. Ich bin lieber nach. Ich bin schon wieder nach. Ich bin kein Zell nicht mehr nach. Was ist das? Warum beschützt du dieses Arschloch? Wer hat dich geschickt? Der Weihnachtsmann. Das kann dir scheißegal sein. Such dir deine Freunde besser aus. Warum bist du hinter Harkon her? Ist das wegen Lukas tot? Sag Harkon, die Sache ist noch nicht vorbei. Hey, 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 hey! Warte, 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 warte! Harkon, lebst du noch? Meine Uhr läuft noch. Harkon, sie ist abgehauen. Aber du bist in Sicherheit. Vorerst. Sie? Das war ne Frau? Fuck! Ja, und ich glaube, sie mag dich nicht. Klang nach was Persönlichem. Was Persönliches, hm? Da kämen viele in Frage. Aber ich weiß, wer es ist. Nimm dich vor ihr in Acht, Aiden. Sowas Gefährliches wie dies dir selten begegnet. Werde ich mir merken. Jetzt geh ich zum Zentralring. Nimm dich vor Warts in Acht, Aiden. Im ganzen Stadtzentrum sind Abtrünniger aufgetaucht und er arbeitet mit ihnen. Er sucht nach dem Schlüssel, den du hast. Ich habe keinen Bock mehr auf dich zu hören. Sophie, ich brauche deine Hilfe, um ins Zentrum zu kommen. Der Kerl, der mich dort hinbringen soll.